jo leute was geht ab herzlich willkommen zu diesem spontanen kleinen extra video diese woche ich saß gerade eben am schreibtisch und habe so rausgeguckt und das wetter war wunderschön die katzen haben gechillt und die sonne ging so langsam unter und ich dachte mir so hey gibt es eigentlich noch mehr bike parks die jetzt schon offen haben und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das möchte ich mit euch teilen denn ostern steht vor der tür ein paar feiertage stehen vor der tür und es gibt tatsächlich einige bike parks die schon auf haben und öffnen werden darüber sprechen wir heute in diesem video ich habe das kurz zusammengefasst und ich gebe euch alle infos viel spaß wie ihr wisst war schnee dieses jahr in den meisten skigebieten ja ein bisschen mangelware drum hat der bike park olpe wie die meisten wissen schon vor zwei oder drei wochenenden jetzt geöffnet es war super super voll die leute hatten mega spaß und es hat sich auf jeden fall gelohnt für den bike park olpe schon jetzt zu öffnen wenn die strecken sowieso ready sind und genau so ging es einigen anderen wie zum beispiel den bike park osternur der hat auch schon seit dem 9 märz mittlerweile auf und dort könnt ihr auch schon ordentlich fahren gehen ich selbst war noch nie da allerdings vielleicht lässt sich das diese saison nachholen außerdem hat der bike park berfelden auch schon auf dort könnt ihr auf der website auch immer noch mal schauen im lift kalender so ist es ja bei den meisten bike parks würde ich auf jeden fall ans herz legen schaut mal in den lift kalender rein vor allem von diesen parks die jetzt nicht so riesig groß sind die lassen je nach wetterbedingungen dann doch lieber mal geschlossen um nicht alles kaputt zu machen und der bike park berfelden hat das sehr sehr übersichtlich da könnt ihr einfach mal reinschauen außerdem gibt es am 23 märz ein ladies opening das heißt wenn du eine lady bist viel spaß beim ladies opening im bike park berfelden der park von dem wir alle ist wahrscheinlich am allerwenigsten erwartet haben weil er meistens relativ später öffnet ist der bike park winterberg aber der berg park winterberg macht ein pre season opening und zwar vom 22 bis zum 7 april warum das so gedeckelt ist in so eine zeitspanne das weiß ich selber nicht aber egal hauptsache wir können über die osterferien hier in nrw radfahren gehen und zwar in noch mehr bike parks nämlich auch dem bike park willingen bike park willingen hatte schon angekündigt auf instagram dass sie zu den osterferien öffnen möchten ich habe dazu jetzt noch keine infos weitergefunden allerdings bin ich mir ziemlich sicher dass ich diesen post gesehen habe und kann mir gut vorstellen dass die schon ready sind auch zu starten also kann ich mir wenn winterberg das schon aufmacht dann wird willingen mit sicherheit nachziehen und da freue ich mich mega drauf ihr wisst alle bike park willingen mag ich auch richtig richtig gern und ich freue mich einfach mega auf die saison und der letzte bike park den ich gefunden habe ist der bike park sammerberg der öffnet auch am 23 und 24 märz ist season opening angekündigt wie gesagt vielleicht ist das so alles unter vorbehalt mit den wetterbedingungen aber es steht zumindest auf der website dass man ab dem 23 märz dort ordentlich im bike park ist knallen lassen kann und dort war ich auch selber leider noch nicht allerdings haben wir dieses jahr ein van und es wird auf jeden fall super ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß im bike park über die osterfeiertage besser kann es ja eigentlich gar nicht sein außerdem ist das wetter wunderschön geworden und es ist einfach ich ist einfach genial dass es so früh startet auch wenn es mies ist für die ganzen skifahrer und die skiliftbetreiber aber wer weiß vielleicht wird dann einfach irgendwann ganzjährig bike park gefahren das wäre auch irgendwie was schönes ja meine bikes sind auch noch überhaupt gar nicht ready irgendwie das kam alles viel viel schneller als gedacht aber nicht so schlimm und eigentlich suche ich auch noch ein enduro bike also ja wenn ihr empfehlungen hat für enduro bikes und ein geiles habt und mich vielleicht sogar mal probe fahren lassen würde würde ich mich sehr freuen weil wir wisst ich kaufe keine fahrräder mehr blind und muss immer probe fahren und ich war jetzt auch schon einst probe fahren diese woche das war aber glaube ich mir auch ein bisschen zu träge in der nachschau aber naja egal wenn ihr da was habt schreibt mir gerne auf instagram oder in die kommentare aber dann bitte zusätzlich irgendwie auf instagram weil in den kommentaren können wir nicht so gut kommunizieren ich wünsche auf jeden fall jetzt schon mal ein schönes wochenende das naht ja schon drückt uns die daumen dass es nicht die ganze zeit regnet und ja wir werden uns übrigens wenn ihr wollt auf der messe in düsseldorf auch sehen ich werde samstag am start sein und dort ein video drehen und ein paar interviews führen leute und wenn ihr bock ab bisschen zu quatschen kommt rum könnt auch interviewt werden dann kommt so zu euch im mikrofon und ja dann quatschen wir ein bisschen und chillen bisschen wird auf jeden fall ein cooler tag deswegen samstag wenn es regnet auch egal aber naja jetzt habe ich wieder lang gequatscht leute und eigentlich wollte ich nur sagen welche parks jetzt schon öffnen und offen haben aber egal macht es gut leute lasst gerne abo da wir sehen uns in den nächsten videos und hoffentlich bald im bikepark bei Bis zum nächsten Mal.